Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Schrittlingsbekämpfung. Die spielt sich ab im Ardenwald, in diesem Gebiet. Ich bin einfach von diesem Weg gestartet, hier diesen Pfad entlang und komme hoffentlich so ins Weltquestgebiet. Sie ist noch nicht gestartet, jetzt ist sie gestartet und hier soll man Wühlmilbern extrahieren und ausgewachsene Gorm töten. Das ganze klingt ziemlich einfach. Ausgewachsene Gorm, beziehungsweise Gorm, nicht Gorm. Dieser Knopf hier gehört nicht zu dieser Weltquest, soweit mir bekannt. Ich habe nur davor eine Weltquest erledigt und habe dadurch irgendwas bekommen, dass diesen extra Knopf hervorruft. Naja was soll's, habe ich ihn halt. Man benötigt ihn auch nicht für diese Weltquest. Und Wühlmilbern sind diese Stachel hier, was aus dem Boden ragen. Die darf man benutzen und dann sie quasi rausziehen. Bekämpfen. Man kann auch von diesen Mobs weglaufen, aber da man zehn Wühlmilbern extrahieren muss, sammeln die sich an. Und soweit ich weiß, verschwinden die nicht, sondern bleiben stehen und wenn man wieder vorbeilauft, werden sie wieder. Deshalb lieber gleich töten. Dauert ja nicht lange. So. Ui, da oben sind zwei erwachsene Gorm. Die pull ich mal. Ich hab auch sofort Blut schnell ab. Und die sind ein bisschen nervig. Hab ich irgendein Gift auf mir? Oh, ich hab fünf Stacks von irgendeinem Gift. Ui, 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 da bekomme ich aber Schaden. Okay. Ich halte mich mal da hoch. Hab ich nicht die Aqua und hab dadurch auch dem Hordler geholfen. Zwei Fliegen mit einer Katsche. Also mit diesem Gift ein bisschen aufpassen. Die Frage ist nur, wer dieses Gift macht. Sind die kleinen Wühlmilbern? Oder die großen Grons? Aha, anscheinend die großen Grons. Vielleicht kann man das unterbrechen. Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Okay, hier gab es kein Gift. Ja, das... Magensäure. Wer macht die? Diese kleinen, was neutral sind anscheinend. Ah, vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Gut. Ja, jetzt sind wieder solche... Und gleich wieder drei Stacks drauf gehabt. Habt ihr es gesehen? Macht die Darkhaden. Das Weltgrossgebiet ist ziemlich groß. Ah, hier sind noch solche. Solche benötige ich. Pulver mal drei. Vier. Ah, zwei hätten genügt. Also diese machen kein Gift. Aber zusammen machen es dennoch gut Schaden. Aber kein Problem. Hab aber auch schon mittlerweile gutes Equip. So. Beziehungsweise weiß heißt auch schon gutes Equip. Nehmen die Weltgross in der Beta auf. Von wo man sich ein zufällig 60er Adapter erstellen kann. Und sich gleich dazu gutes Equip holen kann. Quasi umsonst. Einfach damit man den Endkontent testen kann. Oh, jetzt hab ich schon wieder diese Picher geändert. Okay, jetzt brauche ich nur noch Milbern. Vier Stück. Juppi. So. Und noch zwei. Nehme ich diese hier. Kann ich Gespensterwanderung? Nein, bricht ab. Doch, es hat geklappt. Damit ist die Weltgross abgeschlossen. Ich hoffe sehr, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Eizocke Ende